Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Korschig Mittendrin, live aus dem Wahlkreis Bayreuth-Forchheim. Und jetzt viel Spaß mit... Wünschen wir uns einen schönen fränkischen Frühstück mit guter Musik der Zollkapelle Nürnberg unter Leitung von Thomas Sacher, heute in der Big-Band-Besetzung. Sie kommen immer wieder gern nach Goldkronach, Sie kommen immer wieder gern nach Bayreuth. Erst in dieser Woche haben Sie auf der Landesgartenschau, auf der Seebühne gespielt, haben dort auch viel Anklang gefunden. Heute sind Sie hier, erfreuen Sie sich an schöner Musik, genießen Sie ein Seidler oder was anderes, essen Sie ein paar Bratwürste und lassen sich schön von der Sonne an einem schönen Sommersonntag, wo es ja in diesem Jahr nicht so viele gegeben hat, bescheinen. Schönen Vormittag und eine gute Unterhaltung durch die Big-Band der Zollkapelle Nürnberg. Applaus 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 Unsere Dienstzeitregelung einzuhalten, aber im Goldkronach, da machen wir immer. Ja, liebe Musikerinnen und Musiker der Zollkapelle Nürnberg, auch noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Und ich glaube, einer geht noch, gell? Oder vielleicht auch zwei. Also, ganz herzlichen Dank und wenn der Dienstherr mitmacht, würde ich sagen, hiermit schon wieder eingeladen. Jawohl! Ja, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.